Hallo und herzlich willkommen liebe Hearthstone-Freunde zu einer weiteren Episode Hearthstone im Standard-Modus mit mir, dem Lien. Und es ist für mich schon wieder ein bisschen her, mein letztes Hearthstone-Spiel. Leider muss ich sagen, ich habe im Moment ein bisschen viel umme Ohren und umme Birne. Was soll ich erzählen? Man sieht es im Hintergrund schon, hoffe ich, und zwar habe ich mir Warcraft auf Blu-Ray gekäuft und zwar sogar später als Release war. Ich habe das auf Amazon bestellt gehabt und es hieß ja, dass man in der Erstauflage, konnte man ja auch auf Battle.net lesen, auf der Seite von Blizzard, dass in der Erstauflage drei Geschenke drin sind und zwar einmal von Heroes of the Storm, der Held Gul'dan, den habe ich natürlich schon. Dann World of Warcraft mit einem Monat Spielzeit, konnte ich leider nicht wirklich aktivieren, Entschuldigung, weil ich World of Warcraft schon habe und als drittes präsent Medivh-Skin in Hearthstone. So, ersteres und zweiteres habe ich ja schon gesagt, habe ich schon, beziehungsweise kann ich nicht aktivieren. Und dritteres, den Medivh-Skin für Hearthstone, den habe ich natürlich aktiviert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir die Blu-Ray Warcraft am 5. oder am 6. Oktober bestellt. Erst, ziemlich spät. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die drei Präsente noch kostenlos da drinne waren. Den Gul'dan-Code habe ich meiner Freundin geschenkt und die hat sich auch sehr über den Gul'dan gefreut. Und ich habe mich sehr über den Medivh gefreut und deswegen war das eine schöne Sache. Und die DVD war relativ günstig, dementsprechend, wenn man sich den Medivh-Skin so gekauft hätte, wenn man so will, gab es die DVD bzw. die Blu-Ray schon fast umsonst mit dabei. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ein Medivh, sehr geil. Medivhs Kartenrücken, auch sehr geil. Ulti-Gequests. Ja, ich habe leider ein paar Tage nicht. Priester oder Hexenmeister, Schoko oder Krieger. Aber, da muss ich jetzt erstmal eine von eliminieren. Kartenchaos haben wir auch. Schoko oder Krieger mache ich mal weg. Spiel 13 Diener aus, die zwei oder weniger kosten. Priester oder Hexenmeister. Zwei oder weniger kosten und Hexenmeister. Das schreit leider geradezu danach, dass ich nochmal einen Su-Hexenmeister spiele. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt... Ach ja! Das letzte Mal, wo ich Hexenmeister gespielt habe, habe ich hier angefangen, heroische Bosse zu machen. Naxx Ramos. Wer Bock hat, kann auch immer gerne vorbeischauen. Und... Ich mache jetzt erstmal... Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ach ja, Hexenmeister wollte ich machen. Dailies. Ähm... Aber ich mache auch kein wildes Deck. Ich wollte auch ein Standard-Episodchen machen. Herr der Verderbnis. Wählen. Äh... Karte ersetzen. What? Was habe ich denn jetzt gedrückt? Auf Standardumstellen. Karte ersetzen. Blutrütter. Heraxus. Der Heraxus bleibt drin. Entschuldigung. Auch nicht was in die Röhre gekriegt, ne? Kann mal passieren. So. So. Was hatte ich denn beim letzten Mal geiles da drin? Ich hatte irgendwas... Irgendeine geile Erkenntnis. Ja, der Verderbnis. Ach ja, ich hatte die hier da drin, ne? Karakazam! Daran erinnere ich mich noch. Den Meerriesen einmal. Mach das weg! Ich glaube, die tue ich raus dafür. Einmal. So. Herr der Verderbnis. Mal ein bisschen Dailies powern. Und danach muss ich ja noch ne... Äh... Was heißt muss, aber möchte ich noch ne Kartenchaos-Episode machen. Ja, und eigentlich müsste ich mit dem heroischen Modus auch mal weitermachen. So viel zu tun im Moment. Seid mir nicht böse. Eure Seele wird mir gehören. Aber so ist das manchmal, ne? Nix Gutes auf Verstattern. Oha. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Der hat mir auf eins... Oha. Ich grüße euch jetzt mal keinen Kampf 부분. Ah ja. Ich grüße euch nichts. Ah ja. so ich würde jetzt gerne gewinnen ein paar mal für die lise die frage überlegen spiegelbild schön das ist wunderschön da freue ich mich sehr auch warum hast du nicht den gepingt macht ja kein problem das kriegen wir auch so hin das ist eklig ich kann ihn spielen oh my gosh oh my ich würde sagen der drops ist ein wenig gelutscht für dich mein freund ein schäfchen schäfchen ist nett oder freue ich mich sehr eine karte ziehen der bestimmten flamestrike aber sie mal nicht Ich mach dich fertig. Tschüss! So kann es weitergehen. Wäre echt grandios. Ja, genau so habe ich mir vorgestellt. Weiter geht's. Ich brauche mehr! Gib mir mehr! Ich bin der schlimmste Albtraum von dir, Feier-Dreggensee. Ich grüße euch. Oh boy, oh boy! That's not nice. Kaufen oder fährle kaufen? Mhahaha! 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 Scheint fällt was für ein Feingriff. Mhaha! 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 ja ja was sagst du jetzt hier mit deinen lucky messern nix mehr hier schweigefug heute abend oh my gosh ja komm hier Oh! Heute! Ach komm, Junge! Warum? Ah... Oh boy Ja, das war eigentlich mein Plan, ne? Ja, das war eigentlich mein Schild, du verarmst! Gut gespielt! Dieses Mal gewinnt ihr! Kann man nix machen. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. So ist das. Das Licht wird den Sieg bringen. Eure Seele wird mir gehören! Ich grüße euch! Zeit fürs Poker-Face, Guys! Ich bin ja schon dabei! Ich hab mich schon fast selber gekillt im ersten Zug. Das ist jetzt übertrieben, aber... Seid ihr mein Meister? Warum traile ich eigentlich? Warum? Ich hab' einen Wortschmerz! Ich hab' einen Wortschmerz! Ich hab' einen Wortschmerz! Ich hab' einen Wortschmerz! Vermutlich! Ich frage mich an! Kennt ihr den geheimen Händedruck? Ich hab' einen Wortschmerz! ACHOO! ACHOO!!! ACHOO! 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 Priester! Ihr solltet vorsichtiger sein! Sollte ich mir gründlich überlegen. Sollte. 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 Das war gar nicht so übel. So viele Möglichkeiten. Mein Schild für Argus. Arshel, meine Güter. Das Dingo! Das Dingo! Das Dingo! Oh, man. Auf in die Schlacht, Madder! Na schön, meine Güter! Auf in die Bresche! Ah, schau mal an! So! Slip! Was ist jetzt mit deinem Slip? Ah! Die Kredo! Oh, boi! Wer weiß, was für Geheimnisse wir löften werden. Kaufen oder Verkaufen. Hey, mein Schild für Argus! Ah! Ah, das war nicht so schlau, ne? Das war nicht so schlau. Doof. Sogar. Hört gut hin. Hört gut hin. Noch geiler. Kaufen oder Verkaufen. Warum ruft du? Ich habe große Pläne. Abgemacht. Abgemacht. Ihr seid Geschichte. Oh ja. Ich hatte ein Wort dodelig. Okay. Okay. Ich habe hier verstanden. Ihr steht vor Araxus. Ihr kleinen Schlingel. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Den Sonnenbrunnen läutern. Das war sehr nice von dir. Sehr nett. Abgemacht. Abgemacht. Ihr seid Geschichte. Abgemacht. Gut. Hat er nicht schlecht gemacht, ne? Kann man nicht sagen, dass er schlecht war. Abgemacht. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Karakasa. 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 Ihr seid Geschichte. Treibt es aus. Macht es weg. Karakasa. Karakazu. EnzUSel. Hört ihr seinen Ruf?! Ergutezu. Amanzughズ engt. F었zen! Enz еще! Jeden Event Und jetzt holst du den einenai- Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wow. Here we go. prüster gulden gegen magne eure seele wird mir gehören für kass modern so ich grüße ich grüße ich grüße für die lebensbinderin ja ja das ist nicht fair oh schweiri 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 könnte sein dass der mich fertig macht das könnte du ja okie doki ich hab nen plan ich hab nen plan pass auf ich mach jetzt erstmal ne moment das geht ja gar nicht doch ich mach erstmal den dann mache ich den ja mach den dann mache ich den hau hol hau im nächsten zuch mache ich erstmal ja am liebsten die beiden zusammen nech aber ich glaube ich muss nur den machen um die beiden noch praller zu machen Ich trage die Kraft der Welt. Der Pech schwinge in mir. In mir. Ein Mahner mehr. Das wär's. Egal. Ja, huaah! Oh. Mein Schild für Argus. Ich bin schon dabei. Ich habe große Pläne. Vielleicht war es ein Fehler. Vielleicht hätte ich mit dem Links da drauf gehen sollen. Ich trage die Kraft der Pech schwinge dich hier. Nee. Geil. Gut gespielt. Geil. Leg diesen Apfel auf euren Kopf. Na, Brüderchen? Hast du in letzter Zeit von Huradin gehört? Ja. 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 sehr nice cool aber ich möchte jetzt glaube ich auch für diese episode dabei belassen alles übertreiben und das ging jetzt lang genug er der verderbnis ja war war nett aber es wie gewohnt das kämen wir schon ist ja nichts neues mehr zwei der ließ immerhin geschafft und jetzt ist noch priester oder ex meister mache ich vielleicht priester episode jetzt oder ich spiele kartenkaus und kann er priester nehmen wer weiß es schon tschüss